Yo Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video und heute ist schon wieder Sonntag, das bedeutet ich spiele deine Klasse und zwar hat der Tiger mir heute eine Klasse vorgestellt, die ich natürlich jetzt hier verlinken werde und die wurde mit unglaublichen 83 Daumen nach oben bewertet, mega krass. Die Klasse seht ihr natürlich jetzt und es ist jetzt an der Zeit, dass ihr mir wieder eure Klasse in die Kommentare schreibt, auf jeden Fall die 10 Punkte ausfüllen, den Specialist dabei schreiben und die Scorestreaks, die wir auf jeden Fall erreichen sollen und ja, falls ihr keine Klasse habt, dann bewertet bitte auf jeden Fall die Kommentare mit den Klassen, die euch am besten gefällt. Und in dem Sinne, sach ich einfach, sehen wir uns jetzt gleich in der Runde. Oh schön, da haben wir schon mal schön den Double ausgepackt, so muss das sein. Wir haben ja natürlich auch noch die MR6 mit Zweihändig. Ich versuche jetzt hier mal auf Triple Schwebeladung zu gehen. Oh ho 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 ho, mein Freund, da ist aber nicht mitgerechnet, ne? Oh, er macht hier wahrscheinlich, zack, Double Kill, nice, so gehört sich das. Okay, Hitzewelle hat nichts gebracht, schade. Oh, wir haben die alle weggeholt, wir haben die Schwerbeladung. Es ist Free Weekend und Doppel-TXP, richtig geil. What the fuck, Alter, wie kommen wir denn hier rein? Da kommt locker einer. Okay, wir haben auch noch einen Tomahawk dabei. Oh, hätte der getroffen, ne? Ja, schön. Wir müssen hier ein bisschen, glaube ich, auf Long Range gehen. Oh, die haben eine Counter-ULB. Ah, Junge. So, heute spielen wir mal auf Hunted, richtig geil. Das ist kein Reiniger mal wieder im Gegnerteam, auch sehr nice und kein hier Dings-Sensen, Mann. Und ja, hier seht ihr nochmal die Klasse, HVK 30 mit dem Variks-Visier, schnell ziehen, schafft. Und dann haben wir noch die MR6 mit Zweihändig am Start. Ein Tomahawk darf natürlich auch nicht fehlen, was wir jetzt Across the Map erstmal werfen. Alter, wenn das trifft, ne? Ho, ho, ho. Dann ist auf jeden Fall over. Ja, trifft natürlich nicht. Und wir wollen die Streaks jetzt hier erreichen. Ich setze irgendwie diese Fernlenknadung gar nicht so wirklich ein, wenn ich die erreiche, muss ich sagen. So, jetzt haben wir die hier erstmal mit MR6 weg. Der ist locker schwimmen gegangen. Nice, haben wir. So, also wenn man mir eine MR6 gibt, ist das natürlich quasi eine Einladung, dass ich die benutze. Zack. Oh, da haben wir ein bisschen gefehlt. Naja, passiert schon mal. Äh, wo spawnen die denn überhaupt jetzt? Ach, im Haus. Okay, let's go ins Haus rein hier. Erstmal hier rein und den einen oder anderen da wegholen. Okay. Haben wir ein bisschen gestruggelt auch. Naja. Passiert schon mal. Jetzt müssen wir hier mal auf Long Distance gehen und mal einen da wegholen. Oh, haben wir sogar zwei weggeholt. Richtig nice. Alter, 6-0 schon. Geht auf jeden Fall gut nach vorn. Wir haben keinen Plünderer dabei. Was bedeutet, wir müssen irgendwann mal vielleicht Munition klar machen. So, erstmal weg hier. Da war einer mit Gorgon. Der gibt uns nämlich einen Tuhild und dann ist es hier vorbei. Oh, ja, also erstes Mal, dass mir eine Stolperfalle geholfen hat. Geil. Kann man schon sagen. Oh, der ist in dem Haus drin. Okay, Blitzschlag ist am Start. Sehr schön. Wir müssen erstmal gucken, wo die hier sind. Okay, setzen wir den mal irgendwie da hin. Immerhin haben wir einen bekommen. Geil. Oh, wir sind hier alle auf einem Punkt irgendwie. Müssen wir mal aufpassen. Da ist keiner. Ey, komm, weißt du was? Ich setze jetzt einfach mal meine Schwebeladung ein. Ich benutze die ja irgendwie nie so wirklich. Da war einer. Okay, den holen wir uns hier rum. Zack, den haben wir weggeholt. So muss das sein. Jetzt haben wir Donnergräueln. Ein perfektes Ding, Alter. Das wird wahrscheinlich eher jetzt schlecht werden. Aber egal, wir gehen jetzt erstmal hier rein. Und warten hier. Alter, wir haben keine Drohne, keinen Hater, gar nichts mit. Natürlich belastend an der Stelle. Alter, meine Freunde, die sind ja hier. Guckt euch das mal an, was er macht. Was versucht er? Aber wir haben immerhin einen Kill bekommen. Okay, let's go. Von hinten kommt einer. Ja, okay, der ist dann natürlich von meinem Teammate weggeholt worden. Also wir haben noch Munition ein bisschen. So ist das nicht. Wir gehen die ganze Zeit durch den Tunnel, habe ich das Gefühl. Alles klar, wir sind auf jeden Fall immer noch flawless. Darf ich eigentlich nicht so laut sagen, weil dann werden wir gleich sterben, wenn ich das sage. Okay, wenn wir hier reingehen, erstmal mit MR6. Und Heatwave am Bumschad. Zack. Komm doch. Nein! Oh, wo kam er denn her? Jetzt war ich ja richtig hier on fire quasi. Wir waren... Alter, 14-0. Wir hätten hier fast ein Nuklear machen können oder so mit der Klasse. Ah, okay. Er war natürlich jetzt definitiv besser. Die Klasse ist ganz gut, aber ich finde Variks Visier ist auf jeden Fall ziemlich scheiße. Alter, also Genauigkeit ist da jetzt nicht so gegeben, muss ich sagen. Naja, also gegen eine VNP im Nahkampf, da machst du halt nix. Da kannst du eigentlich quasi deinstallieren. Und... Ich glaube schon, die Streaks können wir eigentlich nochmal erreichen. Ich habe schon mal wohl noch Bock auf noch so eine Fernleckladung. Ein bisschen eine Runde BMW fahren hier. Zack, da haben wir einen geholt. Die wird wahrscheinlich jetzt hier in... Alter, er hat wahrscheinlich keinen Variks 3 Visier drauf. Aber macht aber trotzdem Bock hier die Runde. Auch wenn wir hier schon viermal gestorben sind. Der Anfang war geil. Zack, erstmal Tomahawk wiederholen. Darf nicht fehlen. War dahinter, ja, ne, da war keiner. Okay, die sind hier. Komm mit ab, Praller. Okay, schade. Oh, der Typ mit der VNP, Alter. Er ist auf jeden Fall der beste Spieler aller Zeiten. Erstmal Tomahawk across. Muss immer sein mit Ansage. Habe ich ja erst ein paar Mal gemacht. Hallo, wo seid ihr? Hä, wo ist der hin? Oh, Mann. Sefu, du alter Schlingel. Hätten wir da den Hater mit gehabt. Oh, jetzt macht einer einen Hater natürlich an. Alter, nee, ey, komm. Oh, Turn-On, Alter. Geh verkaufen. Oh, schön. Haben wir beide geholt. Hallo. Und jetzt holen wir noch einen. Oh. Was? Was hat er denn gemacht? Da ist noch einer. Junge. Nice. Der Triple am Start. 30 zu 7. Na gut, wir sind ein paar Mal zu oft gestorben. Wegen dem Typ mit der VNP. Kannst du natürlich nichts machen. Wenn du so ein Gegnerteam hast, ist es halt vorbei. Okay. Zack. Komm doch hier hoch. Komm doch hier lang, wenn du dich traust, Alter. Komm doch. Trau dich doch. Hier, Batz von hinten, Junge. Jetzt hier die Heatwave nochmal auspacken. Zack. Kommen wir den auch nochmal weg hier. Erstmal eine Runde schwimmen gehen. Oh, wir gehen hier wieder rein. Ich glaube, die kommen hier wieder rein. Ja gut. Hab ich gesagt, du wirst eine Granate. Okay, wir gehen wieder rein, Alter. Wir machen hier ruhig die Reise nach Jerusalem. Okay, da ist keiner. Erstmal hier gucken. Zack. Zack. Zack, zack. Blitzschlag am Start. Oh, hier kommt irgendwas. Hallo, mein Freund. Also komm, den Einrolling-Dings-Dingster-Thunder wollen wir nochmal haben, oder? Okay, die sind alle da. Oh, Scuff. Nice, der Scheiß. Richtig gut. So, jetzt haben wir nochmal hier... Oh, das wird witzig. Ja, moin, Alter. Dann packt auf jeden Fall mal ein, wenn meine Dinger hier kommen. Zack, Alter. Da machen wir hier den Triple-Kill. Mega gut. Okay, wir gehen nochmal mit Heatwave jetzt richtig rein. Hier im Haus müsste einer sein. Zack. Ah, guck mal, er wollte nochmal hier sein. Nochmal. Ah, da war noch einer. Nee, Alter. Ja, krass. Okay, 44 zu 8. Wenn euch die Runde gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich extrem drüber freuen. Steht einfach nur für die Motivation. Und schreibt mir eure Klasse in die Kommentare. Bewertet die Klassen von anderen. Und ich würde sagen, jetzt darf natürlich nicht unser Heatwave-Move fehlen. Was ich da noch habe, keine Ahnung. Ich drücke jetzt einfach mal die 3. 3. 3. Komm. 3. Ja, moin. Erstmal eine Runde joggen gehen. Und in dem Sinne gehe ich jetzt auch eine Runde joggen. Nein, gehe ich natürlich nicht. Und wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Bis zum nächsten Mal und ciao.